Cannabis und sein Wirkstoff THC dürfen seit vergangenem Jahr medizinisch eingesetzt werden. Inzwischen kiffen 7000 Patienten auf Rezept. Diese Zahl könnte in den nächsten Jahren bis auf 800.000 klettern. Inwiefern der Cannabiskonsum erkrankten Menschen helfen kann. Was geht ab und ein warmes Willkommen auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es um das Thema gehen, inwiefern Cannabis als Medikament in der Medizin eingesetzt werden kann. Die momentane Gesetzlage sieht ja folgendermaßen aus. Dass Ärzte in der Lage dazu sind, in Ausnahmefällen erkrankten Personen Cannabis als Medikament zu verschreiben. Ich weiß, es gibt ja momentan heiße Diskussionen über das Thema, ob Cannabis auch für Leute legalisiert werden sollte, die ihm nicht erkrankt sind. Darum sollte es aber heute gar nicht gehen. Das ist die erste Regel, die wir auslösen können. Vielmehr um das Thema, inwiefern der Cannabiskonsum erkrankten Menschen helfen kann. Cannabiskonsum jetzt nicht im Sinne des Rauchens des Cannabis, da gerade das einatmende Terpartikel beim Rauchen eben schädlich vor unserer Lunge sein kann. Vielmehr sollte man, wenn man Cannabis dann konsumiert, das Oral aufnehmen oder zum Beispiel auch die Form des Verdampfens nutzen. Man spricht hier auch vom Varophorisieren. Jetzt ist es so, dass es leider noch nicht sehr viele Studien in Bezug auf Cannabis in der Medizin gibt. Das, was man aber weiß, werde ich euch jetzt mal versuchen näher zu bringen. Der erste Fall, bei dem Cannabis helfen kann, ist bei chronischen Schmerzen. Ja, gerade bei Nervenschmerzen ist es bewiesen, dass Cannabis eben einen positiven Effekt haben kann. Nervenschmerzen sind jetzt meist sehr starke Schmerzen, oftmals verbunden auch mit Missempfindungen wie Kribbeln oder auch Taubheitsgefühlen. Des Weiteren wurde bewiesen, dass Cannabis in Bezug auf krebsbedingte Schmerzen im Vergleich zu Placebo-Medikamenten eine bessere Wirkung erzielt. Placebo-Medikamente sind im Endeffekt nichts anderes als Medikamente, die jetzt eigentlich gar keinen Arzneistoff in dem Sinne enthalten, sondern nur den Patienten sozusagen verkauft wird, dass in dem Medikament, was sie bekommen, ein Arzneistoff enthalten ist, der die Symptome von ihnen lindern soll. Und allein durch das Glauben daran, dass das Medikament dem Patienten jetzt helfen könnte, kann es tatsächlich dazu kommen, dass Patienten davon berichten, dass sich die Symptome eben gelindert haben. Ein weiterer Punkt, wo jetzt Cannabis helfen kann, ist bei Verkrampfungen bzw. Spastiken, vor allem bei der Multiple Spherose. MS hat vielleicht auch der ein oder andere von euch schon gehört, das ist eine Erkrankung unseres zentralen Nervensystems. Das zentrale Nervensystem besteht ja aus unserem Gehirn und unserem Rückenmark. Und das ist jetzt eben eine chronisch entzündliche Erkrankung, wo es eben zu solchen Spastiken und Muskelverkrampfungen kommen kann. Und das Cannabis kann jetzt eben diese Muskelverkrampfungen in gewisser Weise auflösen, sodass die Patienten eben weniger Schmerzen auch bei diesen Muskelkrämpfen verspüren. Ja, ich durfte das selber mal erleben im Krankenhaus, als ich ein Praktikum gemacht habe, hat mir ein Patient auch davon berichtet, der eben MS hatte, dass sich die Muskelkrämpfe, seitdem er Cannabis eben konsumiert, deutlich verringert haben und er auch deutlich weniger Schmerzen eben verspürt hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Studienlage hier in dem Punkt auch noch nicht wirklich sehr groß ist. Vielmehr beruhen hier die Erfahrungen auf subjektiven Erfahrungsberichten. Aber es gibt auch hin und wieder kleine Studien, die das belegen. Aber leider einfach noch nicht in diesem großen Umfang, wo man jetzt sicher sagen könnte, okay, Cannabis kann wissenschaftlich belegt jetzt Muskelkrämpfe verringern. Dann kann Cannabis auch bei Epilepsie helfen. Ja, für die Jungs, die das Video sehen, Epilepsie ist die Krankheit, von der euch immer eure Playstation warnt, wenn ihr ein Spiel startet. Was bei der Krankheit passiert ist, dass das Gehirn bzw. einzelne Hirnbereiche überaktiv sind. Das heißt also, die geben zu viele Signale ab und dadurch kann es eben zu sogenannten epileptischen Anfällen kommen. Ja, dabei kommt es zu Muskelverkrampfungen. Es geht teilweise so weit, dass eben der ganze Körperkrampf uns eben auch zu einem Verlust des Bewusstseins kommt. Bei ADAS, der Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung oder dem Syndrom, wie man es nennen will, die meisten von euch sollten es kennen, kann jetzt Cannabis auch helfen. Gerade in Bezug auf die Hyperaktivität, die eben durch Cannabis gelindert werden kann. In Bezug auf die Aufmerksamkeit ist es jetzt nicht bewiesen worden, aber es gibt einige Fallstudien dazu, dass eben die Hyperaktivität bei Leuten, die jetzt wirklich sehr aufgedreht hyperaktiv waren, auf ein Level runtergefahren wurde, wo man jetzt wieder von einem Anführungszeichen Normalzustand sprechen kann. Dann gibt es auch Stühlen dazu, dass Cannabis bei dem Tourette-Syndrom helfen kann. Das Tourette-Syndrom sollten, denke ich, auch wieder einige von euch kennen. Spätestens seit dem Kanal Gewitter am Kopf ist das keine unbeschriebene Krankheit mehr. Man kennt natürlich immer nur diese ganz krassen Formen, wo die Leute so sprachliche Tics haben, indem, dass sie irgendwelche Schimpfwörter aussprechen. Die Krankheit ist aber noch viel umfangreicher. Ich werde auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Wenn ihr zwei, drei Videos geschaut habt, seid ihr da auch locker durch. Auf jeden Fall kann bei der Krankheit eben auch Cannabis helfen. Das ist tatsächlich auch in einer größeren Studie schon mal bewiesen worden. Das Cannabis hilft dir einfach insofern, dass die Tics, die die Leute beim Tourette-Syndrom verspüren, einfach in ihrer Intensität eingeschränkt werden. Bei der Schizophrenie, was jetzt auch eine sehr komplexe Erkrankung ist, wo die Leute häufiger verschiedenste Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören, denken, sie wären eine bestimmte Persönlichkeit oder solche Dinge, da kann ich auch nochmal ein Video zu machen. Da kann jetzt Cannabis anscheinend auch helfen. Gerade der Wirkstoff Cannabidiol, auch CBD, der momentan sehr im Hype ist, da gerade diese CBD eben nicht diese stark berauschende Wirkung hat, die der Wirkstoff THC hat. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, wo man jetzt Cannabis auch in der Medizin einsetzen kann und nicht eben nur um sich... Es gibt auch noch ein paar andere Erfahrungsberichte bei anderen Krankheiten, wo Cannabis schon zum Einsatz kam. Allerdings habe ich da jetzt keine Studien gefunden, die das in irgendeiner Form belegen, dass Cannabis da eine Wirkung hat. Deswegen habe ich es jetzt erstmal rausgelassen. Wenn ihr da noch irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, euer Jonas. Bleibt gesund und vor allem positiv. Bis dahin. Ciao, ciao.